Ja, da sind wir wieder. Und zwar musste ich gerade einen kleinen Cut machen. Und ja, wir waren ja hier stehen geblieben. Und ja, ich musste gerade nämlich was essen, falls die das... Falls ihr das wissen möchtet, kann man da... Ne, das ist ein Zaun. Und ich hab natürlich dafür keine Muni, hab ich hier total vergessen. Ähm. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ja, oder so. Alter! Danke. Vielen lieben Dank. Ah, ne. Alter, was das denn geil ist? Hm. Sieht nice aus. Ja, ja. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ach, die haben nur auf mich gewartet. Greenway Park. Ach so, geil. Hab ich jetzt erst gerade gemerkt. Liebe Bürgerinnen, liebe Mitbürger. Ich bin ihr neuer Präsident. Thank you. That's very correct from you. So. Wo müssen wir denn hin? Ihr könnt auch mal mit ihm sprechen. So, da ist nichts. Leute. Ha. Okay, 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 okay. Wir ducken uns. Na, wir ducken uns. Boah. Gut reagiert. Gut reagiert. Er ist tot. Jetzt nischt, ne? Jetzt bin ich dagegen gekommen. Ist ja auch geil. So, komm. Ja, dann muss ich bestimmt wieder da hin. Okay, was soll ich jetzt machen? Also, läuft. Drücken und halten sie. Zum Vorstoß. Und los. Kleine bitch. Ajax. Ajax. Halte durch, mein guter. Halte gut. Äh, halte gut. Halte durch. Scheiße. Halte durch. Ach, der ist tot. So, warte. Boah. Loh. Ne, warte. Erstmal hol ich mir wieder das Gerät hier. Gewehr. Gewehr. Ja, okay, mache ich jetzt. Ah, lade doch nicht nach, wenn ich schießen muss. So, ich seh keinen mehr. Ab. Loll. Jetzt muss ich nachladen. Ist ja auch... Alter. Loll, jetzt leckt das hier so ein bisschen. Granate. Oh. Das war Steam. Glaube ich. Oh. Boah, warte, warte. Jetzt will ich gerne mal wissen, was Steam jetzt gerade gemacht hat. Ja, ja, ich komme. Ich bin drin. Weil ich. Weil ich. Bam. Bam. Bam, 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 bam. So. So. Ey, was hast du ein komisches Geräusch? Ja, ey. Es ist sehr... Weil ich nicht... Aber ich... Was? So, was passiert jetzt? Ah, Zwischensequenz. Und wieder griff uns die Föderation an. Wir rannten direkt ins K. Irgendwo, mitten in diesen Gefechten, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Okay. Krass. Unser Vater, den wir jetzt retten möchten. Und, ja, wir warten jetzt noch so lange, bis es fertig gelandet hat. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. ein bisschen Oh, läuft, jetzt klinge Heimkehr, 8. Juni, 8.31 Uhr, 22. V-Center Monika, Kalifornien Tschüss Riley Heiß, Aua Muss ich nach oben? War so eine blöde Frage Ja, muss ich Hallo, falsche Taste Oh, Leute, falsch Ja, habe ich gemerkt, dass das ein bisschen falscher Ah, schon wieder falsch Na, los, ich werde diesen Handy noch dafür stellen Wow 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 Wow, 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 wow Oh, nee, nicht mit mir, mein Freundchen Ja, das wird nicht viel bringen, ne? Ich glaube, das bringt noch mehr Nee, echt, Leute, ich mach dir wirklich damit Nee, ich dachte Boah, der mich derpster feste Wunderbar Ja, da fliegt sie Ja, hier nehme ich schon, keine Panik Wow Nein, nein Boah Voll auf die Fresse geflogen Ja Voll auf die Fresse geflogen Ja, da habe ich mal kurz was getrunken Oh, sorry Boah, Alter, jetzt geht's dir mal richtig derpster ab, ey Was ist das denn für eine geile Waffe Äh, einfach mal und nehmen Wenn der Torf fällt, sind alle A10-Drucken Ausleitung, wir verlinern den Start Kommando, feindliche Probekraft, der erst in unserer Position Die Vordienst müssen es verschießen Für Staatsdienst, die wurden informiert Feindliche Patsche kommen aus der Robocop Der Stierkopf, man spricht die Pflanzen um Die A10-Drucken sollen den Panzer eliminieren So, dann wollen wir mal wieder die A10 benutzen So, viele weggemacht Oh, so, da ist ja nichts Oh, so, da ist ja nichts Ist ja geil 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 Garant Achso, das ist unsere Ohlolle. Falsche, falsche, falsche Position. Boah. So, und los, jetzt nochmal den nächsten Heli zerstören. Oh, oh. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Meine Güte, der Sound ist ja irgendwie voll geil von den Waffen. Oh, Alter. Achso, das bist du. So, überall mal gucken, ob die auch meine Waffen hatten oder so. Okay, der hat auf jeden Fall noch eine Granate. Das ist schon mal gut. Oh, fuck, ey. Genau, löscht mal schön das Feuer hier. Alles gleich hin. Boah, Alter. Boah, ich glaub, das ist... Ist das Hash? Ja, das ist Hash. Boah. Alter, Vater. Ey, da ist Riley. Jetzt sind wir hier nicht vorhin gefahren. Wir müssen da rein. Halt schon los! er nur hier über Kletterer ist die durch wo 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 Okay. Wow. Ey, komm. Wow. Alter Vater. Oh, oh. Alter, du... Du kleiner Wichster... Komm schon. Nein, echt jetzt? Oh nein. Oh, die Ghosts. Boah, zum Glück, ey. Okay, hol uns hier raus. Hey, wir gehen nirgendwohin. Hey, wir haben uns gerade gerettet. Dann gut sagt. Komm, Arsch. Dein Arsch. Wichser. Alter. 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 Gluten. Wer ist denn vorgesetzter? 231 bereit. Die Jungs wissen nicht, wie schwer wir das gemacht haben. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder musst noch viel lernen, aber ihr habt alle Tests bestanden. Willkommen bei den Ghosts. Wir sind bereit. Wir werden dich nicht entlusten. Das könntet ihr niemals. Ich bin stolz auf euch. Auf euch beide. Alles schön und gut, aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock, wenn wir die Ghosts machen. Ja. Cool, dann sind wir jetzt einer der Ghosts. Und der weiß, wie wir arbeiten. Wie kann das sein? Er war einer von uns. Oh, nee. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, jetzt kannst du wieder lecken. Das ist das Militär der Fördererstation ganz Südamerika betrot. Der Anführer General Almarco wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder inrichten. Das ist das Militär der Fördererstation ganz Südamerika. Rock überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rock führte uns an, um Almarco auszuschalten. Aber Rock war wie besessen von ihm. Nichts würde ihn abhalten, um sich seinen Preis zu holen. Okay. Nichts würde ihn abhalten... Scheiße, jetzt habe ich das Zitat vergessen. Das ist natürlich jetzt nicht so spannend, genau. Ach, meine Güte. So, so lange warten wir mal wieder noch. Und ja. Ja. Und... Wie findet ihr bis jetzt das Spiel? Mal eine Frage an euch. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und... Ähm... Die Battlefield 4 auch gespielt haben. Und sich jetzt auch COD Ghosts geholt haben. Sollen wir auch in die Kommentare bitte schreiben, welches Spiel sie besser finden und warum. Vielleicht auch noch. Wäre vielleicht ganz cool. Würde mich mal interessieren. Und ja, jetzt geht's weiter. Legenden sterben nie. 8. Juli. 12.46. Karkas Hauptstadt der Föderation. Der Mann konnte durch die Hölle laufen, ohne zu schwitzen. Die Ghosts waren die Besten der Besten. Und die Rock wurden befürchtet. Wir sind in einem Land her. Ein Magro. Ich habe ein Kommando. Merrick, Ajax, dengenat der Zelle. Habe ich jetzt gerade richtig verstanden, dass wir jetzt Ilias Walker spielen und dass dieser Rock ist. Rock... Rock... Okay. Okay. Alter. Alter. Boah, was war das denn, ey? Boah, feindlicher Panzer... Ja, das war's. Boah, alter Vater. Boah, Junge, meine Herren im Gelb. Ey, das ist Ajax. Ach, das ist vor seiner... Vor seinem Tod. Also das ist so ein kleiner Rückblick. Auf Woke. Diesen Typ hier. Okay. Oh. Na, ich brauche Hilfe. Oh. Da muss ich hin. Oh. Nett. Tschüss. Ja, das war mal kurz ein Prozess. Boah, war das knapp. Aber perfekt geworfen. Gut. Ja, es war's.